Auf geht's, Satz Nummer 4 im letzten Spiel dieser Saison und Cindy Neuicke bringt den Ball rein ins Netz. 1-0 für den ESV Sparinen, der führt hier mit 2-1 Sätzen und könnte jetzt hier die Überraschung schaffen gegen Schneeberdingen und tatsächlich diesen Satz und dieses Spiel gewinnen und eine minimale Hoffnung Richtung Klassenerhalt sich erhalten. Und Martina Müller tut es Cindy Neuicke gleich und schlägt ins Netz 1-1. Martina Müller Klar zu weit Ein verschmitztes Lächeln, 2-1 für Schneeberdingen Hörst bei der Angabe Und den macht sie gut, die Laura Marowke zum 3-1 für Schneeberdingen. Müller geht jetzt erneut zur Angabe Müller mit der kurzen Variante zum Punkt 2-3 Müller bringt den Ball noch. Ist das ein bisschen beides? Mächte Müller bringt den Ball noch recht gut rüber. Müller kann gerade so den Kopf einziehen, dass sie ihn nicht noch einmal abkriegt. Das wäre nicht der Punkt für Schmarin gewesen. Marowke, Müller holt den Ball, Nixdorf bringt ihn und Hürst bringt ihn dann rüber. Als kurze Variante und der Punkt für Schmarin. Welch ein Ballwechsel. 3 zu 3. Und gut, es steht kein Tutsi dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichter und Laura Morowke, die hier kurz unter uns verschwunden war, aus der Halle raus ist, weil der Ball rausgefallen ist. Und der Schiedsrichter meinte, das Spiel wäre ja noch gar nicht zu Ende. Nixdorf und Müller jetzt mit allen Möglichkeiten. Lücke nicht gefunden. Oh, der Ball war weit raus. Morowke. Oh. Den kriegt Hürst nicht richtig. Und Hermann wäre dahinter gewesen. In der zweiten fehlende Abstimmung. 4 zu 3 für Schneebeding. Müller bei der Angabe für Schwerin. Und der Punkt erneut für Schneebeding durch Laura Morowke. Martin Ammela. Und der passt genau. Schneebedinger waren sich eigentlich sicher, dass der Ball rausgeht, aber der hat noch einen ziemlichen Bogen nach unten beschrieben. Und damit 4 zu 5. Nöckel mit der Angabe. Mast. Nixdorf mit dem Heber. Den hat sie klasse gelöst. Und Müller. Uh. Guter Ball. Schwer bei der Annahme. Mast bringt ihn gut vor. Nixdorf mit dem Heber. Und Müller mit der kurzen Variante Nöckel. Gut geholt. Vorne getragen. Und Morowke mit der kurzen Variante. Nixdorf bringt den Ball. Und Müller bringt ihn rüber. Und. Nein. Der ist immer noch im Spiel. Nixdorf bringt ihn wieder rein. Und erneut die Möglichkeit jetzt für Schwerin. Diesmal macht es Hürst. Sehr gut. Und das ist der Punkt. 5 zu 5. Da kriegen wir jetzt noch richtig tollen Faustball hier geboten in Schwerin. Tolle Ballwechsel. Laura Morowke. Morowke. 1. 2. 2. 3. 4. 3. 3. 1. war drinnen, entscheidet der Schiedsrichter und damit Punkt für Schneeberg gegen 6 zu 5. Martina Müller. Der Ball im Aus. 5 zu 7. Aus der Sicht der Schwerinerinnen und Diana Hörst. Mit der Angabe ist es schade, dass sie sich da jetzt durch so einen Ball wieder ins Hintertreffen bringen, wo sie sich vorher so fabelhaft die Punkte erkämpft haben. Marovke. Im Netz der Ball. 6 zu 7. Nökel mit der Angabe. Das war eine klasse Angabe von Nökel. Zum 8 zu 6 für Schneeberg gegen. Hörst. Mit der Angabe. Übertreten. War eine gute Angabe, aber war übertreten und deshalb 6 zu 9 und so langsam wird es eng für Schwerin. Hörst. Erneut übertreten und damit beim Stand von 6 zu 10 Satzball für Schneeberg gegen. Und Müller mit der Fehlangabe zum 6 zu 11 und damit gehen wir in den fünften Satz. Applaus 2. 3. 3, 3. 5, 4. 5, 4. 5, 5, 6, 6, 7, 8. 5, 6, 20, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 7, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 15, 15. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt gibt es halt erneut die Seitenwahl für den fünften Satz und die wird ja dann auch wie vorhin schon erklärt. Nach sechs Punkten gewechselt. Jetzt geht es mal. Und der fünfte Satz. Das wird jetzt eröffnet durch Cindy Nölkel und Hirst. Marowke da mit diesem Schlagversuch und Müller wird es jetzt dann ins Netz. Und 0 zu 1. Hirst. Ziemlich genau auf die Linie, 1-1. Worauf geht er aus dem Weg, hofft, dass der Ball immer aus ist, aber er ist nicht immer aus. Jetzt sind die Nölkel. Fröhzeitlich erkannt vom Schweriner Trainer, dass er kurz kommt und Schwerin jetzt mit der Möglichkeit hier mit 2 zu 1 in Führung zu gehen durch Martin Ammela. Schlechter Schlag. Schwerin. 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 Pirst. Wir haben den kurz ball geholt und Müller erneut. Ich kriege keine richtige Kraft in der Ball, auch wenn Moravke den Ball jetzt gerade...